Hallo und recht herzlich willkommen im Stiegenhaus Westschule im Viech heißen euch immer recht. Herzlich willkommen aus dem Tunnel des Ebers. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich unserem Sportchef, Max Madalik. Ich bin nicht der Sportchef. Er ist ja Corona-TV-Chef. Und mit Seiler und Speer. Mit Seiler. Es ist nur der Seiler da. Wo ist der Speer? Der ist gerade auf Locationscouting, nennt man das. Er schaut sich gerade ein Haus auf wie hoch was losgeht. Wir drehen ja im Oktober und deswegen ist es voll schon im Gange aus. Drehbuchschreiben und Locationscouting. Ok, ok, ok. Recht herzlich willkommen, Christopher Seiler. Dankeschön, danke. Einer der heißesten Aktien am Immobilienmarkt. Am Immobilienmarkt? Am Immobilienmarkt, ja. Er ist bekannt für seine großartigen Verkaufung. Du bist ja vor allem von Pinkel. Das ist ja glaube ich auch das Karstadthaus mit ihm gemeinsam. Ich glaube ich bin in der falschen Sendung. Na alles gut. Du begonnen hat ja eigentlich alles mit Horvath los, kann man das so sagen. Du hast ja glaube ich zwei oder drei Jahre das gemacht, bevor das so explodiert ist. Oder wie viel war das ungefähr? Zwei glaube ich. Zwei Jahre. Dann habt ihr das Video gedreht, Heimkommst. Und das ist aber dann erst später richtig explodiert. Jaja, das erste Video, das wir damals gedreht haben, war glaube ich, ich will nicht. Und danach eben Heimkommst und das hat dauert. Aber dann halt wirklich. Und das ist durch diese Community entstanden, durch das Horvath los? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, das Musikprojekt an sich ist entstanden durch Horvath los, weil ich ja dadurch ihn in Bernhard kennengelernt habe. Okay. Und wir haben nur einen Soundtrack gebraucht für die Sendung und haben gesagt, Geld haben wir keins, dass wir da jetzt irgendeinen Soundtrack dazukaufen könnten, den machen wir halt selber. Und so ist das dann entstanden. Wahnsinn. Ja. Unglaublich, ne? Ja. Und jetzt spielt ihr vor Riesenhäusern ein Hit? Ja, drinnen spielen wir. Wenn wir vor die Häuser spielen würden... Habe ich gesagt vor den Häusern? Ja, es war blöd. Ihr spielt vor vollen Häusern? Nein, nein, du hast gesagt, sie spielen vor Häusern. Sie spielen vor Häusern. Aber ist ja kein Problem. Gut, Häusern passt. Sie spielen manchmal möglicherweise auch vor Häusern. Vor Häusern. Ja. Ist das wahr, dass du eigentlich aus der Rap-Szene kommst? Ja. Das war aber, das hat einen Hintergrund. Nämlich, das war damals das leichteste, was du machen kannst. Mit so 15, 16, 17 Jahren halt. Weil ich hab da einen uralten PC mal geschenkt gekriegt. Und da ist das einzige, was da draufgerannt ist, war ein Magix Music Mac oder so. Und so hast du halt deine kleinen Liedl machen können. Aber ich war jetzt sicher kein Guter oder so. Also ich bin sehr froh, dass meine Entwicklung dann anders stattgefunden hat. Okay. Und diese Lieder, die ihr gemeinsam gemacht habt, zum Beispiel, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ja. Mein Lieblingslied ist, wenn ich dann ein Laar bin. Wer hat das geschrieben? Ich. Du hast das geschrieben? Ich schreib grundsätzlich die Lieder. Ich dachte, der Bernhard schreibt die Lieder. Nein. Ah. Also der musikalische Teil kommt so 70% meistens von ihm. Es gibt die Lieder, die kommen nur grundsätzlich von mir. Aber textlich bin ich immer ich, ja. Textlich? Und die Musik hat er gemacht? Die Instrumental dafür, genau, gemeinsam mit Daniel Fellner. Ah, okay. Das ist eine sehr, sehr schöne Nummer. Dankeschön. Ja. Heimkommst hat mir nie so gut gefallen. Ich weiß nicht. Das war so ein riesen Hype, aber ich habe nie so eine... Ich bin auch so einer. Weißt du, ich bin auch so eine, wenn ich so einen großen Hype habe, dann halte ich mich auch immer eigentlich fern. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin auch so, ja. Weil bei Alain bin, denke ich mir, wenn ich das höre, denke ich mir, das ist ein Hit. Aber bei Heimkommst hat mir das Wahnsinn, dass das so explodiert ist. Ja, ich glaube aber... Erstmal war das Video, also ist das Video noch immer sehr seltsam. Aber wir haben ja kein Geld gehabt. Quasi, nicht? Und irgendwie hast du halt auffallen müssen. Ja. Und ja, vielleicht ist bei Heimkommst deswegen so ein Hitpotenzial dahinter gewesen. Ja, weil das viele Leute kennen, also. So die Grundsituation. Ja, ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Und der Inspektor ist ja auch... Das ist super, der Inspektor ist mein Liebling. Auch eine sehr gute Nummer. Den habe ich in Urlaub geschrieben, da war in Mexiko. Und warum auch immer ich da draufgekommen bin, da bin ich gerade am Strand gelegen. Und das war eigentlich eine Reggae-Nummer. Ja. Und wir haben sie dann halt so ein bisschen... Aber sie ist schon... Naja, genau. Diese Hype hat sie schon drin, aber sie geht halt schon mehr nach vorne. Ja. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht, Inspektor. Ja, Gute Nacht, Inspektor. Ich bin sehr gut vorbereitet. Wie immer auch. Ja, toll, Max. Danke. Danke auch. Und dann kam diese furchtbare Geschichte mit dem Unfall. Ja. Hast du da kurz gedacht, jetzt ist es vorbei? Ja, schon. Also, vorbei. Es war sicher nicht schön, aber ich glaube, das war in einer Phase in unserer Karriere oder beziehungsweise in unserem Leben, wo sowieso, das ist alles viel schnell geredet. Es war alles noch mehr Plastik. Es... Wenn alles so schnell geht, kommst du manchmal dann gar nicht mehr mit oder weißt gewisse Sachen nicht mehr zu schätzen. Mhm. Es war so ein Strudel. Und es war vermutlich unvermeidbar, dass etwas passiert, dass das jetzt gerade passieren muss. Aha. Also nicht, aber dass etwas passiert war. Also, dass da irgendein Brasche macht. Ja. Echt? Mit hast du irgendwie gerechnet? Na ja, gerechnet. Ich war ja nicht verwundert. Sagen wir es so. Aber es war natürlich. Wenn der beste Freund so einen Unfall hat, so einen Schwan und dann lässt man in der Zeitung irgendwelche Geschichten und man kennt ja so Foren, wie die funktionieren. Da lest du irgendwelche Kommentare, die jetzt auch menschlich gesehen nicht das Schönste sind. Na klar geht das zu mir dann. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich glaube, bald drei Jahre her. Es hat sich komplett erfangen. Es hat sich alles geändert. Und war das wirklich so an der Kippe oder war das übertrieben? Vor seiner Gesundheit? Ja. Ich war schon sehr schwer verletzt. Also das war wirklich, also das hätte anders auch ausgehen können. Das war keine Übertreibung der Zeitung? Nein. 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 Es war schon, wie gesagt, schier. Aber Gott sei Dank ist das jetzt schon länger hinter uns und eigentlich bei uns. Im Alltäglich nehme ich überhaupt kein Thema mehr. Ja. Das Thema Ambros, ich muss ja sagen, ich war ja immer ein großer, großer Ambros-Fan, bis ich vor, glaube ich, das war erst vor zwei oder drei Jahren draufgekommen bin, dass das ja ein eingefleischter Austrianer ist. Ja. Und da eine Welt für mich zusammengebrochen ist. Ja. Wie gehst du damit um? Ich habe da überhaupt kein Problem, weil ich bin es ja gewohnt durch Matthias, sein Sohn, der ist ja auch eingefleischter Austrianer. Ja. Und Atletico Madrid-Fan auch noch. Okay. Und ich bin ja öfters bei Rapizo finden und sowieso immer beim FC Barcelona. Also wir passen überhaupt nicht zusammen, was Fußball betrifft. Ich sage dann halt immer, der Mensch hat halt keine Ahnung vom Fußball. Ja. Und was für einem der Bässe. Okay. Mir brauchst du auch nichts von von Formel 1. Interessiert dich gar nicht? Nein, das interessiert mich gar nicht. Das heißt, du bist ein bekennender Barcelona-Fan? Ja. Schon seit 1996, glaube ich. Wieso? Gefällt dir da gleich die Ahnung? Bei Rapizo ist halt mein kompletter Freundeskreis von Rapizo. Okay. Jogi Boys und Thomas Waldner. Also ich habe eigentlich nur grün-weißer Freund. Und deswegen trifft man mich auch meistens bei jedem Heimmatch. Gehst du wirklich jedes Heimspiel im Block West? Nein, im Block West stehe ich nicht. Wo gehst du dann? Im VIP-Bereich? Schon? Ja. Okay. Was sagst du aus der Situation von Rapizo? Bist du zufrieden? Man spielt zumindest in einer Meistergruppe. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist dein Ernst, dass du sagst, man spielt in der Meistergruppe? Ja. Wir müssen doch bitte, wir haben ein Budget, das ist ja jenseits von guter Größe. Naja, da kann man natürlich nicht zufrieden sein. Aber ganz ehrlich, der Last spielt gerade eine Ausnahmesaison. Aber da siehst du, was möglich ist. Natürlich, das auf alle Fälle. Aber du sagst nur, wir sind in der Meistergruppe. Ja, aber da dürfen wir schon zufrieden sein, weil das war letzte Saison zum Beispiel nicht. Ja, aber da dürfen wir doch nicht zufrieden sein. Wir können doch nicht sagen, jetzt sind wir in der Meistergruppe. Naja, aber pass auf, jetzt werden die Punkte halbiert, das heißt, man spielt ja eigentlich rein rechnerisch um einen Master mit. Ja, rein rechnerisch. Ja, dann kannst du schon zufrieden mit das, oder? Ja, du redest ja das sehr schön. Also wenn man das Rapid nicht mit dem Lask vergleicht, das ist eine ganz andere Liga, der Lask. Ist das jetzt ein kleiner Stich vom TV-Chef? Nein, das muss man so feststellen. Ein bisschen eine Provokation. Finde ich nicht, man muss sich nur die Tabelle anschauen. Ja, stimmt schon. Ich meine, was hat der Lask für einen Etat? Ich glaube, sie haben gar nicht so mehr, so 18 Millionen oder so. Rapider 30, also das Doppelte. Naja, aber jetzt 12 Millionen, die hast du schnell verboten. Naja, aber jetzt schon gegen Hartberg haben wir wieder gespielt, 2-2. Gegen die Nudeltruppen, entschuldigung, Hartberg. Ja, aber wann ist das erstmal gewonnen worden in Hartberg, das ist aber auch schon ewig. Ja, aber das geht ja nicht allein, das Stadion, das stehen die dritten Mühlen auf, das ist wie im Ostblock. Du hast vermutlich den Spurtdirektor aufstehen lassen, oder was? Ich mich aufstehen lassen? Naja, das weiß nicht, ob ich da die Kompetenz dafür habe. Man nennt nur Matschgern Handeln, was? Naja, was Handeln, was soll ich machen? Ich habe eh schon oft angerufen und gesagt, so geht es nicht weiter. Also laut deinen Rapid Vlogs, die man früher ja oft angeschaut hat, wenn ich ins Stadion gegangen bin, allein vor dem, was du da reinschreist, müssen die ja schon um 20% mehr motiviert sind. Oder sie haben Angst vor dir, das ist keine Ahnung. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich finde so, dass dieser Charakter verloren gegangen ist. Die ziehen das Leiberl an und glauben jetzt, sie spielen bei Rapid. Ja, oder sie ziehen das Leiberl an und glauben, sie haben eine Angst. Das kann ja auch sein. Dass es da mehr Bürde ist, als was die beflügeln. Es ist bitter. Es ist wirklich bitter. Es ist nicht schön. Wie sind die Zukunftsprobleme von Sailor & Sperr? Gibt es keine Zukunftsfilme? Gibt es keine Zukunftsfilme? Nein, wir haben keine Zukunftsfilme. Hört sich heute auf, wir beenden heute die Karriere von Sailor & Sperr. Einer ist eh schon weg. Neues Single, neues Album? Wie schaffst du das? Neues Album haben wir letztes Jahr schon gehabt. Und wir warten eigentlich immer zwei Jahre. Okay. Horvathslos jetzt auf jeden Fall. Und dann unsere Festivalsaison spielen. Dann gehen wir noch auf Tournee im Dezember. Leider geht das schon wieder im Dezember, weil ich weiß, was ich so hasse. Jetzt waren wir diesen September, diesen Dezember, waren wir ja einen Monat durchgehend auf Tournee in Deutschland. Und dann unsere Starthallen und das Ganze. Ich bin so ein weihnachtlicher Mensch. Ich mag diese Weihnachtszeit. Wirklich? Ja, extrem. Total nett. Und jetzt bist du aber da und in dem depperten Tourbus drin und kriegst nichts mit. Und jetzt habe ich gesagt, pass auf, das war das letzte Mal, dass ich im Dezember auf Tour gehe. Und dann schaue ich auf den depperten Tourplan und sehe ich, gerade bin ich schon wieder im Dezember auf Tour. Also entweder muss ich Weihnachten verschieben oder eine andere Religion annehmen. Dass ich da was ähnliches, vielleicht im Juni oder was. Okay. Aber wieso geht es jetzt echt im Dezember? Wer macht denn das? Machst du das? Na der ist nicht verantwortlich, ja. Aber ich wollte ihm jetzt nicht ausschauen, weil es sieht eh keiner. Max geht ja auch auf Tour bald. Wir haben ja schon die ersten zwei Stops gebucht. Ja, Tankstelle Gerastor. Max macht ja auch viel erfolgreiche Musik. Okay. Und wir haben jetzt schon zwei Aral Tankstelle. Wo ist die auch wieder? Groß Enzersdorf. Groß Enzersdorf, ja. Groß Enzersdorf. Und dann möchte ich unbedingt auf der ÖMV-Dankstelle spielen. Okay, Rest-Tickets noch erhältlich oder nicht? Ich glaube, es war fast ausverkauft, Rest-Tickets. Vier Plätze sind es. Okay. Ich glaube, drei Karten gibt es nur, oder? Nein. Nein, Gäste Listeblatt, ja. Ja, ja. Deutsche Charts. Wart ihr mal in den deutschen Charts auch? Ja, ja. Ja, gut unterwegs auch. Ich weiß gar nicht. Was waren wir für... Platz 10 war unser Album. Das ist schon nicht schlecht für Dialekt. Ja? Ist das nicht schlecht. Wie weit spielst du denn rauf? Bis Hamburg. Bis Hamburg? Wahnsinn. Wie viele Leute kommen in Hamburg? In Hamburg so um die 800. Boom. Fantastisch. Das ist schon toll. Das sind so Klub-Shows, ne? Ja. In München zum Beispiel. Na gut, da spielen wir Königsplatz, haben wir da jetzt gespielt, vor 20.000. Toll. Also das ist schon nicht schlecht für uns. Toll. Das sind so Dinge, die mich wahnsinnig machen, ja? Na ja, klar, aber... Da fahre ich nach Hartberg und dann... Warst du in Hartberg? Früher sind wir nicht mal ausgestiegen aus dem Bus und haben 3-0 gewonnen. Ja? Das sind jetzt jetzt... Warst du in Hartberg? Bitte? Warst du dabei in Hartberg? Nein. Das war fast so gelungen jetzt. Du fährst nach Hartberg, ja? Achso, nein. Das mache ich nicht mehr. Warum magst du eigentlich nicht mehr diese Videos da? Die Rapid-Videos? Das hat mir der Max verboten. Wieso? Na der möchte das nicht. Das habe ich dir nicht verboten? Nein, ich mache Spaß. Du, weil... Ich sage es dir ehrlich, warum. Weil ich nach einem gewissen Punkt gesagt habe, ich mache es nicht mehr, weil es ist nichts gekommen. Was heißt nichts gekommen? Von der Mannschaft, ne? Ich gehe jedes Mal in das Stadion, mache die Vlogs, habe mich bemüht. Und die spielen jedes Mal einen Show da zusammen. Und ich gehe nicht jedes Mal ins Stadion und nehme mich auf und sage, na wieder nichts. Das ist ja depressiv. Da werden die Zuschauer auch depressiv. Ja klar, aber das hat den Reiz für die Videos ja ausgemacht. Das Depressive? Ja. Ich habe gerne zugeschaut, wenn du verfallen bist. Nein, das war so die Dramaturgie dahinter. Sehr nett. Ich mache vielleicht nicht einmal ein Spezialvideo. Nein, komm vorbei. Wenn du das magst, hucke ich mich neben dir hin. Wirklich? Kommst du mal gemeinsam. Ich weiß nicht, wo du sitzt. Du sitzt ja links von mir quasi. Ich sitze überall. Wo früher die West war. Zuerst bin ich gesessen auf der West, dann bin ich... Nord war ich sehr lange. Das wäre sehr geil, weil da konnte ich nämlich immer... Oben in die Oberen. Ganz oben, ja? Genau. Da haben wir eine super Partie gehabt und da konnte ich nämlich die Sachen so schön aufnehmen. Die ganzen Choreografien. Ja, genau. Das ist ja urgeil. Die sind ja wirklich fantastisch. Dort setze ich mich in der Mitte. Das schauen wir. Dann sehe ich immer live ist verfolgt. Ja, so zum Beispiel beim Derby. Da müssen wir mal gehen. Aber wir haben ja kein einziges Mal gewonnen. Ja, weil es gibt ja heuer sowieso kein Derby mehr. Wie soll denn das gehen? Nein, weil die kommen ja nicht drauf. Der Verteilerkreis... Also rein rechnerisch würde es noch gehen. Ja. Aber die Rechnung, die geht nicht drauf. Warst du schon in Barcelona? Ja, ja oft. Oft schon? Ja, ja. Es hat Jahre gegeben, da war ich sicher fünf, sechs Mal dort. Nur wegen dem Spiel? Ja, ja. Cool. Du bist ja gleich unten. Okay. Ja. Und Champions League hast du gestern verfolgt auch? Vorgestern. Vorgestern? Ja, gestern war ja auch. Gestern war ja auch. Nein, gestern habe ich nicht geschaut. Gestern? Vorgestern habe ich mir angeschaut. Ja. Traurig, was da gerade passiert. So wie bei Rapid? Ja. Auf einem anderen Niveau natürlich. Wobei bei Barcelona sind die Probleme glaube ich noch größer. Als bei Rapid? Ja, mit dem Präsidenten und so. Das ist schon... Das ist nicht schön. Und auch der Trainer hat diese Lösung da mit dem... Irgendwas. Der ist da vorher irgendwie am Feld geguckt und hat seine Ziegen gefiedert und dann ruft er auf dem Feld. Ja, der hat ja keinen Job quasi gehabt. Und der war ja auch gar nicht irgendwie... Der hat mir recht, ist ja kein großer Name oder so. Und für den FC Barcelona sieht man halt einen großen Trainer. Hat er selber gesagt, er hat seine Ziegen gefiedert und dann hat der Präsident von Barcelona mal gerufen, ob er Trainer werden will. Das hätte ich auch gerne. Ich hucke mich jetzt auch öfters aufs Feld raus und gefiedert. Ich wollte gerade sagen, es hat sich der Juricin damals auch gemacht, die Ziegen gefiedert. Bevor sie noch angerufen haben, dass er Rapid Trainer wird. Den hast du nicht so gemacht, den Juricin, gell? Nein. Das ist ja wieder sowas. Der war aus der dritten Liga. Ein Trainer aus der dritten Liga kommt zu Rapid. Also da mache ich auch den Job. Und das schwöre ich dann, ich motiviere die Bullschen mehr. Aber der Trainer im Video kann sich an den erinnern. Der Klotzerte, der Trainer, mit dem ich oft im Stadion war. Der Fitness-Trainer. Der hat ja immer gesagt, das sind keine Männer und so weiter. Die müssen einmal, ja. Das ist, die fahren mit dem BMW in den 16er rein. Das hat schon der Bisens gesagt, vor 20 oder 30 Jahren. Du bist so durstig. Wolltest du das Wasser näher hinstellen? Nein, ich tue halt gerne. Du gibst nur deine Arbeit, dann kann ich alles austrinken. Super. Du hast da so eine, eine, eine... Was ist denn das? Das ist vom Herrn Baumeister. Gemma Lugner-Kino. Von unserem Präsidenten der Herzen. Okay. Das leuchtet. Dann schau mal, wenn du das draufstellst, leuchtet es. Jetzt haben wir uns gespart eine gegriffen. Ach so, wegen dem. Ja, weil der eine Opernballgast hat ja abgesagt, da konnte er diese Bierdeckel machen. Das war auch das letzte Produkt, das von China nach Österreich eingeführt worden ist. Ah ja, da kenne ich mich aber ja. Okay, passt. Was sagst du zum Coronavirus? Hype? Oder ist das irgendwie zu überspitzt? Hype oder überspitzt? Also nicht Hype. Wie sagt man nicht Hype, sondern... Hysterie? Hysterie, danke. Hysterie? Ja, natürlich. Ich auch. Das heißt ja immer. Bei jedem Virus, bei irgendwer würde er dann auch davon profitieren wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Angst um Coronavirus. Ich auch nicht. Ich habe gelesen, dass... Vielleicht sagen wir es aber nur deswegen, weil wir ihn nicht haben. Weißt du? Na ja. Und es steht dafür, wir hätten ihn dann und der bricht... In unserem Fall dann wirklich. Ich glaube aber, wenn ich den Coronavirus hätte jetzt, der würde der Virus sagen, aber sicher nicht. Ja, weil wo ich hingreife, greife ich ins Braune, jetzt bin ich bei dem da. Also nein, der würde es bei mir gar nicht auswählen. Glaubst du nicht? Nein. Den würdest du töten? Den würde er aber hin. Der würde es aber... Wie eine Biene, wo es dich steht. Würdest du abtöten? Ja, aber sicher. Das ist eine Hysterie. Na klar. Glaube ich auch. Ich habe jetzt gesehen. Ich meine, ich glaube wirklich nicht alles, was in der Zeitung steht. Aber da war ich jetzt, glaube ich so, in der Heute... War drinnen. War drinnen. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Wir sind entsetzt. Ob der Aussage. Glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Nein. Ach so. Das tut weh. Da steht einer dort beim Hofer, glaube ich, mit einer Gasmaske. Jetzt muss ich mich fragen, der gehört nicht in Quarantäne. Der gehört am Stauhofer auf für der Hauerer. Weißt du? Also wo er eingekauft hat? Er hat eingekauft. Eing mit einer Gasmaske. Oder das Foto ist von Foschengdienstag und der ist... Weiß ich nicht. Aber so Prepper gibt es. Das ist so Prepper. Die lieben das. Das ist deren großes Hobby. Kennst du das Wort Prepper? Prepper sind die, die Bunker haben. Aber das war auch so einer scheinbar. Der mit der Gasmaskenzeuge einkaufen geht. Der hat aber... Also den ist eine geringste Sorge, muss der Coronavirus sein. Dein Tinder-Date? Sag, hast du eigentlich Familie, Kinder? Christopher? Tinder. Tinder? Drei Tinder. Wie hast du denn gekauft auf Tinder? Nein, ich habe zwei Hunde. Zwei Hunde? Nein, ich habe keinen Tinder, um Gottes Willen. Nein. Du hast zwei Hunde und eine Lebensabschnittspartnerin. Genau, genau. Und was sind das für Hunde? Das sind komplett konträre. Das ist wie Seil und Speer. Das ist ein Chihuahua und so ein großer Schwarzer. Wirklich? Ja, ein Flat Coated Retriever ist das. Flat Coated Retriever? Flat Coated Retriever. Das ist ein Retriever, aber halt schwarz und der hat so lange, dünne Schnauzen quasi. Und ein Chihuahua? Genau, so ein langer Haar. Wie heißt das? Das sieht schon fast aus wie der Katz da. Das ist die Schnurrli. Das ist die Schnurrli. Das ist eine portugiesische Flachatmerkatze. Flachatmerkatze? Ja, weil die glauben alle, sie ist tot. Die atmet nur flach. Ich höre sie aber. Ja, ja. Du hörst sie. Das ist einer der wenigen Gäste, der das... Du bist ein Musiker. Du hörst das. Nein, ich habe ein Coronavirus, glaube ich. Ja, verdammt, sie hat kein Coronavirus. Wir glauben, dass sie krank ist. Nein, ihr habt doch keine Ahnung von der Tieranatomie. Das ist halt so. Wirklich lauter Dilettanten. Unfassbar. Wir wollten noch den Skandal besprechen. Mit dem Kameramann. Mit dem Bernd. Ja, kannst du dich an Bernd erinnern, Christopher? Ich glaube, ja. Ja. Aber ich weiß ja, was für ein Skandal. Nein, eh nicht Skandal. Aber es ist natürlich ein Aufreger. Aber haben sie mal gesoffen gemeinsam? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wo? Das war eh in Wiener Neustadt. In Wiener Neustadt? Und wo? In irgendeinem Lokal. Genau. Eher im Großen wollte. Ja, da waren wir sicher gesoffen. Aber hinterher im Großen gehst eigentlich nur aus dem Grund. Das war schon länger her, oder? Das war schon länger her. Ja. War unter der Woche einmal? Ja klar, ich bin ein Künstler. Ich kann ja unter der Woche. Am Vormittag? Unter mir auch so. Na, arg? Cool. Hast du aber keine Kamera mitgehabt? Nein, leider nicht. Das hätte ich gesehen. Leider nicht. Das ist ja arg. Unter der Woche. Dass ich unter der Woche... Oh ja, am Donnerstag muss es gewesen sein. Genau, ja. Ja. Leihwand. Was hat das mit dieser Melli-Bar auf sich? Ja. Gehst du da privat auch hin? Nein. Nicht? Nein, absolut nicht. Die Melli-Bar ist ja entstanden aus der Serie aus Horvatslos. Ja, ja. Das habe ich eher... Weil früher hat es ja nicht einmal Texte gegeben bei Horvatslos. Also die ersten Folgen, das war alles immer nur Stehgreif. Okay. Und da ist mir dieser depperte Melli-Bar da eingefallen. Und daraufhin hat ein Gastronom aus Leihobersdorf angefragt, ob er das Lokal so umbauen darf. Wir haben ihm dann gesagt, wie das ausschauen hat. Also zum Ausschauen hat und haben da das originale Kostüm da reingehängt und so. Und dann hat die Melli-Bar entstanden, die wir dann gleich benutzt haben für Dreharbeiten auch dort. Das ist ja lustig. Dann hat es die wirklich gegeben, ja. Also du hast quasi die Melli-Bar erfunden, hast du einmal gesagt, gehen wir die Melli-Bar? Genau. Genau. Das ist ja auch abgefahren. Das ist quasi eine Erfindung aus der Serie, außer in die Realität. Ah, das ist ja auch. Es gibt sogar Melli-Bar gibt es da. Wie schmeckt das? Das ist, glaube ich, auch Villacher. Aha. Das ist ja nur überklebt. Überklebt sogar nur? Okay. Ja, ja. Du, neben dem Fußball hast du noch andere Interessen? Sportlich? Gehst du Tennis spielen oder golfen oder? Na, gar nicht mehr. Ich gehe jeden Tag ins Fitnesscenter. Aber ob das jetzt auch Sport ist, glaube ich nicht. Ach, gehst pumpen? Ja, ja. Was drückst du auf der Bank? Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin kein Bankledrucker. Ich mache entweder einen Butterfly oder am liebsten meine Dipserl. Dips? Hast du am liebsten? Ja, ja, Dips. Ja, auf der Dips-Maschine bin ich bei 140. Das ist eigentlich für einen 80 Kilo schweren Mauer viel. Aber machst du das nicht frei? Schon frei auch. Aber das kommt drauf an, wie viel Zeit habe. Weil dann musst du ja wieder den Gürtel zu übernehmen, die Gewichte aufhängen. Also machst du so viele Dips schon, dass du einen Gürtel brauchst und Gewichte? Ja, ja, nur mit meinen 80 Kilo. Das warten wir zu wenig. Aha. Tarts spielen du ja gerne. Ich würde eh gerne mit dir. Ja, spielen wir. Aber wir haben leider nur einen Pfeil. Okay. Aber warte. Was hat sie mit dem Wiener Viktoria-Schal auf sich? Ja, der Roman Gregory. War da und hat schon wieder alles tapiziert, ne? Hat schon wieder... Na, der hat uns den mitgebracht. Schau, ich habe da auch. Ja, pass auf, wir können... Was hat denn die Zeit? Das ist irgendwie komplett für den Arsch heute. Nein, das ist 21, das sind die Minuten. Wir haben 8 Minuten, oder? Ja, passt. Ja, der Max ist so streng. Na komm, wir spielen noch ein bisschen Tart. Wollen wir? Eine halbe Stunde, Dotti? Eine halbe Stunde? Der Max könnte auch wieder mal schneiden, aber meistens spielt das 1-1 raus. Wir spielen jetzt immer 1-1 raus, weil das ist so... Das finde ich großartig, finde ich großartig. Das ist ja viel, viel... Weniger Arbeit. ...authentischer. Ist das immer auffällender? Ich habe mir... Ich habe mir ein paar Sendungen angeschaut, von dir, in Erwin Steinhard zum Beispiel. Ja? Ich habe mir auffällend, dass... Immer unter jedem Video bei euch, da wird immer die Leute geschimpft. Warum? Ist das gang und gäbe? Das sind die Kommentare. Ja, ist das gang und gäbe? Das ist immer so. Ja, weil das gehört dazu, oder? Ich finde es großartig. Meine Damen und Herren, jetzt... Jetzt schimpfen! Es muss raus sein, außer was geht. Ja, stimmt. Es ist egal. Es ist egal. Es ist immer gegen jeden. Es ist jeder. Es ist arschend überhaupt. Ja, aber das ist aber immer so. Und einer schreibt immer, das interessiert mich genauso, wie wenn ein China Radl umfällt. Hat aber jede Geschichte gelesen. Ja. Also den gibt es immer. Vielleicht schreibst du es jetzt wieder hin. Also, Christopher, ich suche jetzt einen. Ich glaube, wir müssen mit einem Pfeil spielen. Das ist ja wurscht. Es ist egal, oder? Das ist einmal was anderes. Es ist ja wurscht, ja. Ah, da habe ich den hat der Dodo, glaube ich, repariert. Was ist denn das, bitte? Den hat der Dodo repariert. Der Dodo hatte den Ele... Alfons Haider hat mir mal einen Elefanten mitgebracht aus Glas. Das hat aber nichts mit dem da zu tun. Nein, eh nicht. Ich würde nur sagen, der hat auch der Dodo zerstört, weil da hat er mir dann den Schwanz abgebrochen. Ah, den Rüssel. Okay. Nicht den Schwanz, den Rüssel. Na gut, spiel mir mit einem Pfeil, Christopher. Ja. Möchtest du beginnen oder ich? Du bist der Gast. Oder soll ich beginnen? Du bist der Gast und darfst das aussuchen. Wer anfängt? Dann fang du an, weil dann sehe ich, ob ich dann sage, nein, ich weiß nicht, oder? Gut, dann fang ich an. So, okay. Die Anna Feitz hast du deklassiert damals. Kannst du dich erinnern? Ich frage keine Ahnung mehr. Ich habe noch... Ist die? Die ist ja gar nicht in der richtigen Höhen, oder? Nein, das ist alles. Das ist irgendwas, okay. Pass auf. Was ist das? Fünf. 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 Ja, jetzt muss ich aber richtig deppert anstellen, oder? Die macht so, wenn ich ein bisschen ungefeiert erhechel muss. Boah! Oh, fast ein Triple 18. Ja, fast. Also ich habe fünf, du hast 18. Na gut. Was heißt das jetzt? Machen wir 1-0 und es geht auf drei Siege. Ja, genau. Wer wäre das erste Drei-Sieger? Okay. Dann machen wir Best of Five, oder? Best of Five, ja. Dann macht es wieder kompliziert. Warum? Das ist ja ein Masters, oder? Ist das nicht eh das Gleiche? Eigentlich schon. Ja, das ist der Drei-Sieger. Ich wollte nur schauen, ob ihr aufpasst. Ja. Ha! Zwölf! Das ist doch Zwölfer, oder? Das ist ein Zwölfer. Ha, das ist... Na ja, die kann ich... Das ist... Das ist... Das ist... Uh, sehr stark. 20. Jetzt habe ich einen Druck. 2-0. Jetzt habe ich einen Druck. 2-0. Geh auch einmal so nah, vielleicht ist das leichter. So, wo stehst du nicht? Wieso war er näher als ich? Das ist ganz beim Sessel. Na ja. Na wo? Vom Körper her meinst du? Ja, ist ja Gas. Das passt schon. Ja. Pass auf. Na ja, nicht. Nicht lachen. Es geht voll daneben. Ja, wenn du mich so unterstürst... Huuu! Na ja, fast ein Tripler, 20. Hast du noch einmal? Ha, doch noch einmal. Na ja, fast ein Tripler, 20. Jetzt bin ich unter Druck. Wieso? Du musst ja... Ach so, stimmt. Ja, stimmt. 20 am Mindest. Na ja, da reicht doch ein Tripl. Auf ein Tripl, oder was will ich. Ach, scheiße. Nein, nix. Ja, aber ein Tripl war ja aber... 2-1. 2-1. Ja, ja. Boah. Puh. 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 Wow! Wie viel? Na, Tripl 18. Na, das ist ja... Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich... Ein Schänemarsen. Ja. Tripl 18. Ein X18. 18. 2-2. Na ja, jetzt hast du die Best auf 5, ne? So, jetzt geht's um die Wurscht. Jetzt geht's um die Wurscht. Jetzt geht's um die Wurscht. Puh. Nein, ich brauche noch ein bisschen. Ah! 12er. Na ja, das ist... Na ja, das ist... Das hast du schon in der Hand. Das hast du schon in der Hand. Das hast du in der Hand. Konzentrier dich. Oh Gott! Das will! Nein! Ja, weißt du wirklich. Danke. Ah! Ich würde ja gerne sagen, ich habe jetzt absieselt. Dann eben schon sagen, das stimmt absolut nicht. Ich habe... Na, gut. Haben wir das auch geklärt. Also ein 3-2-Sieg. Ein 3-2, ja. Nach einem 2-0-Rückstand, obwohl mein TV-Chef mich psychisch schwer unter Druck gesetzt hat. Das ist eigentlich beim Schnapsen, dass du jetzt ein Schneiderl gewesen musst. Also Retour quasi. Ja, klar. Stimmt. Zwei Ding und dann... Ja. Gut. Was haben wir noch für Spiele, die wir machen können? Du hast mehr Siege als Rapid in der Retour-Saison, ne? Schon wieder so eine kleine... Schon wieder so einen Stich. Diese ständigen Nadelstiche, mit denen kämpfe ich seitdem ich hier arbeite. Du bist kein Rapid-Freund, gell? Oh, ja. Ich habe als Kind bei Rapid gespielt, aber der Verein, so wie er jetzt ist, macht mir nicht mehr so viel Spaß. Du hast bei Rapid gespielt? Von 6 bis 8 und dann bin ich zu Slovan gegangen, da habe ich mich so richtig entfalten können. Und dann habe ich Handball gespielt. Aber bei Slovan damals... Nein, Handball ist viel gescheiter, muss man sagen. Aber bei Slovan damals Antonin Panenker. Also, echte Legende. Der hat bei Slovan gespielt? Ja. Aber als... Der hat uns Kindern immer gezeigt. Der ist hinterm Tor gestanden, hinterm Tornetz. Ist mich unter dem Ball gefahren. Der Ball ist übers Tor geflogen, vor dem Tor aufgesprungen und mit Fetten zurück ins Tor. Und da waren wir hin und weg und völlig begeistert. Solche Leute fehlen halt, ne? Bei Rapid. So ein Paniker. Die Typen. Auf Youtube kannst du ausschauen, was das Europa gehabt hat. Paris. Der Weg. Die ganze Flug mit dem Elsner. Oder wie heißt der Elsner? Peter Elsner, ja. Ja, ganz so lieber. Schöne Grüße, falls er das sieht. Ganz so lieber Kerl. Peter Elsner. Mhm. Gut, Christopher. Ja? Ich würde sagen, wir haben alles im Kasten. Höhl und Tiefen dabei. 28 Minuten. Gibt's das nicht mehr früher, als du mir gesagt hast, wir dürfen was mitnehmen? Geschenk. Du darfst dir natürlich was mitnehmen, aber da sitzt unsere Anna, die füllt das nicht auf mehr. Ja? Die Anna ist eigentlich... Ja, da schau ich das nicht auf. Ne, auf so eine Glemschiene. Ja, das ist ja... Komm, nimm's mit. Ich geb dir zwei. Pass auf, ein Packerl ist geschimmelt. Du musst das... Ja, ja. Das ist ja... Weißt du, was ich gern hätte? Das Koch- und Backbuch. Ja? Ja. Bitte. Darf ich das haben? Selbstverständlich. Ich bin ein leidenschaftlicher Restaurantgeheer. Da kannst du dann so einen Guster holen, immer so eine Stunde vorher. Ich muss ihn gustieren und dann angefressen sein, wenn es der nicht hat. Sag ich Dankeschön. Ja. Habe ich was für die Mama zum Geburtstag wieder? Vielen lieben Dank, schön, dass du da warst. Danke sehr. Liebe Grüße auch an den Bernhard. Alles erdenklich Gute für euch. Danke sehr. Weiter so viel Erfolg. Dankeschön. Bleibt gesund. Ja, hoffentlich. Ich sag Danke. Wir danken uns bei Bernhard. Bei Bernhard. Toll. Bei Christopher Seiler. Wir sehen uns das nächste Mal im Stiegenhaus West. Schnüller und ich sagen Baba. Bis zum nächsten Mal. Für dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.